Hallo, mein Name ist Siegfried Liebl, ich bin geprüfter Brotsommelier und ich habe euch heute unser neues Aktionsbrot Ratz und Rübe mitgebracht. Unser Brot kann so einiges bieten und damit meine ich nicht den etwas ulkigen Namen, nein. Bei Ratz und Rübe handelt es sich um ein Dinkelbrot, denn wir backen dieses Brot mit 100% Dinkel, bestehend aus Dinkelvollkornmehl, Dinkelmehl 630 und einem Dinkelsauerteig. Es ist wohl leicht zu erraten bei dem Namen Ratz und Rübe, dass Rübe für Karotten als Zutat steht. Der Name Ratz steht hier als Platzhalter für die Pastinacken, die als weitere Zutat dem Teig beigegeben wurden und somit ist Ratz und Rübe ein Dinkelbrot mit kleinen, feinen Pastinacken und Karottenstückchen. Das 500 Gramm Brot wurde in einem Kasten gebacken und hat durch den Sesam, in dem der Teigling vor dem Backen gewälzt wurde, ein wunderbares harmonisches Farbspiel in honiggelben und haselnussbraunen Farbnuancen bekommen. Der leicht ausgeprägte Ausbund hat eine glatte und leicht verwaschene Optik. Man muss gar nicht extra am Brot riechen, denn die durch den Backvorgang gerösteten Sesamkerne verströmen ein wunderbares, nussiges Aroma, das mit den zarten Krustenaromen harmonisch im Einklang stehen. Wenn wir uns das Brot im Anschnitt ansehen, erkennen wir die wenig ausgeprägte Kruste, wie es bei einem Brot, das im Kasten gebacken wurde, auch zu erwarten ist. Die Porung ist mittelgro bis fein und fühlt sich sehr soft und weich an. Im Anschnitt lassen sich auch noch sehr gut die kleinen Karotten- und Pastinackenstücke in der Milchkaffeefarbenen Krume erkennen. Wenn wir das Brot probieren, dominieren natürlich die an der Kruste befindlichen Sesamkörner, die mit ihren nussigen Aromen ein nachhaltiges Geschmackserlebnis im Mund auslösen. Und dabei werden sie von einer leichten Süße der Krume unterstützt und getragen. Eine fein ausbalancierte Säure korrespondiert wohlwollend mit den zarten Aromen der Pastinacken und der Karotten. In der Haptik, also beim Kauen, ist die Krumenstruktur weich, soft und sehr angenehm im Biss. Wer jetzt vermutet, dass dieses Brot aufgrund der verwendeten Zutaten sehr speziell ist, muss sich leider enttäuschen. Dieses Brot ist ein idealer Begleiter durch den ganzen Tag, vom Frühstück bis zum Abendessen, egal ob mit Marmelade, Frischkäse oder mit Wurst. Während gekochter Schinken hier besonders gut harmoniert, sind Räucherwaren wie zum Beispiel Schwarzwälder Schinken eher zu vermeiden. Wer weiche, sandwichartige Brote mag, trifft mit diesem Brot eine sehr gute Auswahl. Besonders lecker ist es auch, wenn es vor dem Verzehr noch einmal getoastet wird. So, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch auf Ratz und Rübe etwas neugierig machen. Ihr bekommt es ab sofort in allen unseren Bäckereifilialen, aber nur für kurze Zeit. Wir sehen uns in der Waskau-Bäckerei.